Konnichiwa! Meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum japanische Werbung mit dem Baumi... ...lalalalalala... Keine Ahnung, das heißt nicht mal so, aber ihr wisst schon, was ich mein. Äh, ja, wir schauen wieder ganz, ganz frische, heiße japanische Werbung, die mir grad auf den Tisch geflackert ist. Bei 3, 2, 1, let's go! Beste, Poki, Poki, Poki... ...und Charlie Paul, okay. Oh Gott, wie gut ist das so, sorry! Oh Gott, wie gut ist das! Sobald ich sag zu der Box, ich glaub, du sagst, sorry... Ja, ich bin nicht so... Face Palms! Oh Gott! Oh Gott! Riga Hut! Könnt ihr noch 3, 4? Was ist das? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! So geilVELY! Eine Wasserwerbung. Alter, was für eine geile Wasserwerbung. Shit. Will ich hafen. Ja, ich sehe keine Ahnung. Ja, ich sehe keine Ahnung. Pute, Kumpelst du es? Bickel, ich habe darum, einen Gluten ... Ich bin in Kiyola. Ich bin glücklich. Ich versuche mich ... bitte 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 Wisst ihr für was das ist? Damit die saufen gehen können und am nächsten Tag fit sind. Ohne Witz, das gab es in der Apotheke. Weil die ja auch immer so oft saufen gehen und so weiter, ist ja der hier ein Hobby so. Haha, wie krass. Ja, und da haben die auf jeden Fall dieses Mittel zum Ding. sollte man sich auf jeden Fall hinnehmen. Megaseil! Das ist... Oh mein Gott, diese Dämonen sind so toll! Ich habe schon wieder mein Mikrofon zu können, was ist los? Oh mein Gott, diese Dämonen sind so toll! Was ist denn mit dem Spiel oder was? Oh, die hab ich auch getrunken! Die Kipps sind krass! Das sind so die Kondigs verwendet werden, so die Nintendo-Figuren. 999! Friedel! Wir haben so mit Massen... Okay, alles klar. Wie geil! Gegen Mock! Wie geil! Das ist nicht cool! Ich weiß nicht, ich sage die ganze Zeit nichts anderes, aber ich finde es natürlich cool. Ich weiß nicht, was das jetzt klingt, aber einfach früher zu schauen. Was klingt jetzt? Dieael versehebt. Oh, oh, oh. Oh, oh! Oh, oh! Wir sind so ein Mario-Sound-Effekte. Oh, oh. Hier, in der Höheple. Ha! Sehr geil. Was haben Sie noch etwas gemacht oder was haben Sie andere Personen? Das ist alles klar. Nein. 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 Wie krass das ist. Richtig heftig, ey. Richtig geil. Wow. Also das hat mich jetzt schon... Also die waren jetzt schon richtig geil, die Werbung. Das müsst ihr jetzt aber selber mal sagen. Die waren jetzt nicht mega weird, aber die waren halt richtig geil. Also die waren richtig cool aufgemacht. Also das hat mir schon gefallen. Was hat euch am besten gefallen? Schreibt es einfach unten in die Kommentare rein. Und dann sage ich mal Sayonara. Bis zum nächsten Mal.